Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, war nicht schön geblieben, letzte Folge. Alzheimer lässt grüßen, einen Moment. Ich muss kurz was gucken. Ich muss kurz was gucken. Das war alles angesät, genau. Die Kalk, oh Kalk brauchen die Dinger. Jetzt wissen wir doch was wir jetzt machen. Mal gucken ob wir irgendeine Fahrzeuge rumschrauben. Kann man was rumschrauben? Ah, verkaufen wir jetzt was an. Verkaufen erstmal den Roggen. Mal gucken wo gibt es den besten Preis für Roggen. Roggen. Er muss ja irgendwo hinten auftauchen. Jetzt bin ich hier. Zur Kornmühle. Na dann gehts auf zur Kornmühle. In der Lagen können wir verkaufen, haben wir noch die Nub drin. In unseren Straßen gibt es eine Mönchhause nicht noch drin. Also haben wir noch eine gewisse Reserve. Und nicht was überhaupt tun. Und die Mönchhause. Und die Mönchhause. Dann können wir noch mal Kalk formen. So, dann können wir noch mal gucken was ihr Kollege Schnürschuh schon hat. So, dann sind wir noch die Nub. Reicht aber noch nicht. So, jetzt kann man wieder. Ich, ne. Ich habe getrauen, wieso sind das fertig? So, und zack, pass mal ab. So, jetzt aber. Und fertig sind da alles nochmal gebrachten. Wollt wohl wo mehr. Ja. Ich glaube das Lied gehört, dass gerade wer es singt hier, also hört es. Spielt, nennt sich Monster, er lasst sich neu, schloppe an seinem Kopf rum, die Melodie. Ist lustig. Das klingt nur schlecht und so, dann warum? Jetzt ist es ja gerade mal unpraktisch, wenn man das im Kopf so rum geistert. Halt, stopp. Neunzehn prozent. Neunzehn prozent. Neunzehn prozent. Neunzehn prozent. Neunzehn prozent. So, ich koppel mal ab. Wie der kleiner oder großer, wie der große. Da haben wir einen schicken 900er Fendt. Dasselbe die 900er Fendt. 700er, mittlerer Fendt. 700er, mittlerer und da. Heu 4, mittlerer und da. oder noch etwas als Modtreffen oder 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 Ja glaube ich irgendwo einfach Da gibt's irgendeine Reifen die so einen Ring haben ich weiß aber nicht welche das sind das ist ja was für ein geschossen aus WUS Standard Trelle von France Variante war es unter Mueslin die Hauptfraub enden dann ist es passiert wenn ihr mit Escape die Hauptfraub enden 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 das bleibt die Hauptfraub enden das ist ja das bleibt Ok, das ist die Farbe. Okidoki. Ja, tausender kostet nicht so viel noch. Hab ich nie gesehen, ja. Oder die Waldfee an Kohle. Dafür muss ich noch viel verkaufen. Jetzt gehöre ich wieder, warum denn das? Ich muss sagen, da bist du ein bisschen bockig. Heute ist wieder mal so ein Tag, wo du eine Runde bockig bist. So. So. Wir haben schon die Wachstumschiffen haben. So. Und. Zack. Nix mit Versatz. Ah mein. Ich muss das Spagrade ziehen. Und die Bläden versetzt drin. Ja. Immer noch. Gut. So. So. Wenn du jähl. So. Da bin ich nun fast ein Held. So. 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 Ich bin jetzt aber gekalbt. Jetzt ist Kalko nicht. So. 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 Check. Die Ball haben wir. Okay, los geht's. So. 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 Daher lange das Spiel sagt, du kannst Kalken, mache ich das. Wie gesagt, ich bin kein Landwirt, ich weiß das nicht, wie das richtig ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das davor macht, dass ein Kalk in der Sämaschine und Koper den Boden einbringt, weil wenn es jetzt regnet wird, wird es sehr viel runterspülen. Ein bisschen was würde durch den Regen den Boden mit einzigern, aber das kann man sich keinem gut vorstellen, wird es runterspülen, je nach Stärke des Regens. Aber wer das weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben von euch, damit ihr mehr Erfahrungen habt wie ich. Ich benennte es nur das Pixellandwirt. Pixel Farmer. Also okay, cooler YouTube-Name jetzt, Pixel Farmer. Aber du bin, gibt es schon. Aber ich benenne mich jetzt nicht irgendwie blind und bleib da ja so. Ich bin noch dem Namen bekannt, bei einigen von euch, die mir regelmäßig folgen. Daher lassen wir das so. So, los geht's. Ja. 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 Und dann noch... Los geht's. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. So, we're well, it's. Spitzend bloß noch drin das geht ja gar nicht So kommen wir dann gleich erstmal nach Film fahren Spitzend bloß noch drin Spitzend bloß noch drin So schwimm die Hufe und mach los Spitzend bloß noch drin Spitzend bloß noch drin Spitzend bloß noch drin So gut wie Aber so ist das nun mal Spitzend bloß noch drin Spitzend bloß noch drin Spitzend bloß noch drin So wie das mal Montag ist und ich habe heute frei Morgen auch nochmal Bis wenn ihr die Folge seht Am Relief bin ich noch Bis bei mir ist Freitag nur drei Tage arbeiten. Also nichts mit frei. Wir sind Eisern und ziehen das Wochenende durch. Auch das ist in meinem Beruf halt. Wir haben mehr oder weniger solche Rollen in der Woche. Und da ist das nun mal so. So, aber wie gesagt, ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst keinen Dömpfen da und ich bin raus. Totscha sagt euer Jaso.